und dann die hände zum himmel da ist noch ein schönes video für dich marvin zum pimmel aber kennst du das knigge könnte ich mir nachher mal wieder reinziehen aber mein rechter arm tut weh vom maushalten das ist nicht heile steht vielleicht ein boot das täglich brot mit kot und es ist rot der kot und alle sind tot jetzt sitzt er da ratter 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 bleib mal hier du sau konnte bis eben gerade noch kurzfarbig sehen ha 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 ich habe jetzt null blut ich bin ohnmächtig ja es die nahe die europäische koffe geben mann wo soll denn der scheiß ich kann nicht mehr auf continue klicken ach komm gib zu das ist dein server und du hast dich gerade gekickt weil du stürbst nur weil das weist reden heißt ach komm ja natürlich natürlich aber sie pimmel ja genau da sind wir wieder auf dem anderen server der andere ist ne ich wurde ja rausgeschmissen genau du wirst rausgeschmissen und dann bin ich gestorben war und und dann ist das server irgendwie abgelöst wo bist du also wir sind hier in den ballotan und wir verarschen gerade s wenn und zwar ja wir haben ja eine whatsapp gruppe und da schreiben wir mal rein und der sven hat eben geschrieben dass er ins ts kommen würde und dann wir sind ja wir haben ja zwei channel und zwar den channel wo wir labern und so und den channel wo wir aufnehmen und noch einen für besucher ja genau und ähm ja dann hat der sven gerade geschrieben dass er jetzt auch ins ts kommt und dann habe ich geschrieben aber nicht nicht join weil wir sind gerade in der aufnahme von battlefield 4 und er schreibt jetzt dass wir wichser sind weil wir nichts sagen ähm das problem ist aber sven hat einen laptop den man eigentlich direkt aus dem fenster werfen kann weil der scheiße ist und ähm den hatte ich früher auch und ich habe mir jetzt ein pc gekauft und sven wollte sich einen kaufen und marvin hat einen guten pc und wir beide könnten das zocken aber Sven eben nicht und jetzt beleidigt er uns dafür dass er keinen guten pc hat weißt du das finde ich doch wieder ne finde ich da doch Philipp wo bist du ich hab äh ein coyota ich bin äh an den hangars den hangars nein fahr doch nach oben an den tangars was irgendwie ist ein reifen grad irgendwie komisch dass ich nicht da hochfahren kann er dreht sich nur aber die reifen sind alle drauf jetzt fahr doch nach vorne wo bist du ich bin äh vorn an dem pier da aber du backseat hier haben wir auch bestimmt was äh nichts zu tun kicking in de frontseat wo bist du marvin wo steckst du hier pff das ist von batman na ich denke ich komme mal zu dir ja wo bist du äh hier hörst du nicht am wasser ich hör grad okay ich komm zu dir also wenn du Dings hörst ich bin bei den hangars ja ich komme ja schon ja dann aber ohne auto aber Lotti Karotti klar obwohl ich will zuerst in diesen pier hangar da rein flotte Motte alter ich hab hier 100 zombies oder so dran vorbei gelunzt und weiter gelunzt hat er und wir verarschen Sven weiter also nicht wir ich weil Marvin ist das ja äh moralisch und ethisch nicht korrekt ja ja verarscht ja nicht gern Leute und wenn dann sagt er immer nach 2 minuten so nein schwa ich hab dich verarscht nein ja damit kann ich sonst nicht leben nein es tut mir leid bitte alter dann kommt da sowas wie Philipp deine mutter ist heute gestorben was nein 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 war ein spaß war ein spaß der philip ist echt so ein böser bube genau das ist der schwarze peter 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 ab und an ne manchmal muss ja jemand verarscht werden ja und in diesem fall ist es Sven sonst bin ich es ja irgendwie immer paar minuten klärchen auf über sex und so ne aber es ist schon ok ich hab keine andere Wahl ich muss springen ey lass ihn mal weiter verarschen bis er sich Battlefield 4 kauft dann sagen wir wir haben es gar nicht du hörst doch die Meinung von uns das ist ja süß aaaaaaah boom ja Sven wenn du das hier siehst wir nehmen den ganzen Tag Battlefield auf hehehe aber den ganzen Tag ach nee 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 ich find's geil ich find's richtig lecker wo bist du denn? warum hast du dich umgebracht? er hatte keine Wahl du hattest keine Wahl wieso hattest du keine Wahl? äh weil ich jetzt bei den Lazaretten wieder bin und irgendwie kommt es mir so vor als würde der Typ viel schneller laufen als normalerweise ah ich glaube nicht Nägel ne Cola was haben wir hier ne Cola Nagel die Cola ah oh Philip Samler äh Doris wir sind alle dabei hehehe Pass auf nachher schreibt er uns an so PC ist bestellt haha dann müsste ich es mir schnell kaufen ja mach ich aber noch auf jeden Fall nächsten Monat oder so nächsten Monat hier Weihnachten und so läuft bei dir feierst du kein Weihnachten? ich ich natürlich oh ey da liegt er ja hehehe ich hab ne Military Flashlight gehabt oh Military du hast ne Military alter was wirst du denn für ein Noob ich hab eine außerirdische Lampe ach ne Außer-Eli Außer-Eli aha muhahaha und snack hat er dabei gehabt wo bist du Marvin bei deiner Leiche bitte nicht Schenden da läuft jemand, bist du das? was? ne ich bin gleich am Wasser da läuft jemand also jetzt jetzt bin ich grad bei den äh Lazaretten drin guck mal ein bisschen der verfolgt mich der hat nichts in der Hand verfolgt mich aber so ein Opfer also bitte nicht meine Leiche Schenden ja ja die ist schon lange ausgeraubt warum verfolgt der mich? hör doch auf wegzulaufen man hahaha ich wusste es ja renn da rein renn da wieder raus genau ich bin's nein das bist du überhaupt oh der Toolbox natürlich bin ich das geh mal beiseite aber ich muss mich mal verbinden kurz ey ja lock sie weg ich kann nicht ich kann nicht lasst ihn lasst ihn nur in Ruhe lasst ihn komm ihn mal auf mich lasst Philipp oh ich bin draußen nein ey was soll das sein hahaha hör auf meine Leiche zu schänden nein wir sind aber auch solche Drecksnoob ne äh glaub ich nicht sepsis ach ok boah nicht mal spielen können wir haha laser pointer was ist das für ein laser pointer? ja von 2007 von vom Basketball in äh aufm freischießen oder sowas boah halt mal hier ins Auge und mach mal an und guck mal rein ey tiga